Guten Morgen Trader, kalt heute bei uns in Deutschland. Wir haben Mützenwetter, zumindest hier in der Region Leipzig, wo ich wohne. Aber nichtsdestotrotz, wir blicken jetzt natürlich wieder auf ein paar hervorragende Handelsideen. Heute im Euro-Kan-Dollar WTI und im US-Dollar Schweizer Franken. Bevor wir das allerdings tun, erstmal hier allen, die morgens sich die Zeit auch nehmen, live zuzuschauen. Einen schönen Start in den Dienstag und wie immer die Einladung, wer mag und einen Wunschmarkt hat oder einen Wunschchart hat, gerne in die Chats auf GoToWebinar oder aber auch auf Facebook posten. Und dann geht es hier gleich auch live zur Sache, bevor wir hier zur Sache kommen. Wie immer der richtige und wichtige Risikohinweis, der ist bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das zum Risikohinweis. Und dann einen kleinen Blick in die Nachrichten. Wer gestern aufmerksam zugeschaut hat, wird sich jetzt verwundert die Augen reiben. Ich habe vorhin in der Vorbereitung für das Webinar hier gerade gesehen, ich hatte gestern den falschen Tag drinnen. Es gab quasi am Montag keine wichtigen Nachrichten. Da war der Tag leer, da habe ich nicht aufs Datum geschaut. Wir haben also jetzt das gleiche Bild wie gestern um die gleiche Zeit. Heute ist Dienstag, der 17. September. Also heute gibt es die ZEW-Einschätzung der aktuellen Lage. Wir bekommen die ZEW-Konjunkturerwartung, das Ganze um 11 Uhr. Und wir sprechen am Freitag im Detail über das, was die ZEW uns hier mitteilen wird, damit wir auch sehen, wie es der deutschen Wirtschaft hier auch mitgeht. Und was vielleicht die Märkte hier mittlerweile auch schon am Einpreisen sind, weil der DAX läuft ja auch schön weiter nach oben. Am Nachmittag dann die Industrieproduktion aus den USA. Das Ganze um 15.15 Uhr. Und am Nachmittag oder am Abend dann, wie gestern erwähnt, gibt es dann die EZB-Rede. Das aber wirklich dann am heutigen Dienstag. Tag Holger, jawohl, wir schauen auf Austral-Dollar, Schweizer Franken. Wo ich dich gerade hier habe, ich freue mich immer. Wir haben ja vor kurzem besprochen hier das Handels-Setup im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Es ist einfach irre. Es ist Wahnsinn. Für diejenigen, die das nicht gesehen hatten, wir hatten hier den schönen Move nach unten. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir hatten diesen starken Move nach unten. Und dann gab es hier in hervorragender Manier, zumindest am Anfang, diese schöne bärische Flagge. Ihr wisst selber, ich liebe diese Kursmuster, weil die zeigen uns einfach die Verhaltensweisen am Markt. Das war also alles in wunderbarer Manier. Hier ging es dann erst ein bisschen zögerlich zur Sache. Ich bin hier unten, wo diese Kerze ist, eingestoppt worden in meinem Setup-Portfolio. Den Stopp hatte ich hier oben liegen, den habe ich mir aus der Stunde geholt. Also bei solchen Dingen darf der Stopp halt einfach nicht zu nah dran liegen, weil es immer mal sein kann, dass wir bei so einer Sidewards-Range auch einen kurzen Test nach oben bekommen. Das kann immer wieder passieren. Und das ist ärgerlich, wenn es dann entsprechend ja nicht klappt, weil man nicht mehr dabei ist, man den Stopp einfach zu nah dran hat. Und jetzt, et voila. Es ist echt wieder total genial, wie gut diese Kursmuster funktionieren. Ich muss mich da einfach mal ein bisschen freuen. Macht hier sonst keiner in meinem Büro. Ich bin ja hier alleine. Holger, ich freue mich voll mitgenommen. Ich bin hier auch voll dabei. Stopp wird nachgezogen im Stopp-Management der Stunde. Und damit ist gut. Es ist einfach super. Holger, ich freue mich auch für dich. Das passt und natürlich auch für alle, die hier das Ganze auch mit umsetzen konnten. So, damit also genug der Freude über Sachen, die jetzt gut funktioniert haben. Wir gehen jetzt in die Währungen für den heutigen Tag. Und da haben wir zuerst hier mal das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken auf dem Tisch. Jetzt muss ich erst mal hier wieder ein bisschen die Arbeit sauber machen. Das heißt hier, der Metatrader, der veralbert mich ja immer so ein bisschen. Der zieht die Linien immer irgendwo hin zurück. Der springt weg, an was auch immer das liegt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja schnell behoben, das Thema. Worauf es mir hier ankommt, sind zwei Dinge. Nummer eins, wir haben hier in grün markiert aktuell einen laufenden Aufwärtstrend. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn wir uns das übergeordnete Bild mal anschauen, haben wir hier halt von diesem Hoch am Top bei 0,99500 natürlich einen ziemlichen Move nach unten gehabt. Wir haben hier unten das Logo geschrieben im August bei der Marke von ca. 0,966. Das war das Tief hier unten. Und seitdem trendet der Markt nach oben. Aber übergeordnet ist weiterhin die ganze Geschichte schurt zu sehen. Wenn wir uns das Bild mal auf der Woche anschauen hier, da sieht man es auch. Wir haben schön einen Abwärtstrend am Laufen. Und der ist jetzt ganz, ganz tief sozusagen korrigiert worden. Und immer dann, wenn wir so tiefe Korrekturen haben, gibt es natürlich zwei Wahrscheinlichkeiten oder zwei Möglichkeiten. Weil wenn so ein Markt schon so tief zurückläuft und dann auch einen schönen Aufwärtstrend gebildet haben, dann haben wir natürlich auch irgendwo immer die Chance im Raum, dass dieser Aufwärtstrend gebrochen wird. Sollte das hier so kommen, weil wir sind ja hier auch aus einer schönen Korrektur nach oben rausgelaufen. Also das heißt, wenn sich der Markt tatsächlich oben über diese 0,99500 hinwegsetzt, dann sind wir über diesem Level, der Abwärtstrend hier ist, rausgenommen. Und wir haben dann erst einmal weiteres Potenzial hier hinten oder hier drüben hin ins nächste Korrektur hoch dieses Abwärtstrends hier. Und das ist bei der Marke von 1,00148. Das war das Hoch an dieser Stelle. Bis dahin gibt es hier noch einen Spike hoch rauszunehmen. Das war da, als wir das letzte Mal über diesen Markt gesprochen hatten. Also hier unten, da war das Umkehrsignal. Bäm, ging es ordentlich in den Keller. Aber also auch das funktioniert hier schön. Dann haben wir natürlich diese Marke auch noch mitzunehmen. Das ist aber nur dem Falle gegeben, wenn wir tatsächlich oben rauslaufen. Das heißt, da müssen wir erst einmal über das Tageshof von gestern drüber und dann die 0,99500 hier rausnehmen. Das ist die Oberseite. Prallen wir allerdings ähnlich wie hier drüben wieder ab. Dann müssen wir uns auf der unteren Seite orientieren. Da ist ein wichtiger Marker natürlich das aktuelle Tief hier, das Zwischentief um die 0,98542. Das ist das Low, was wir hier unten hatten. Und dann haben wir als Unterstützung im Rahmen dieses Aufwärtstrends, den ich hier grün markiert habe, das Tief, das Trendtief liegen als Unterstützung bei 0,9780. Weil wir wissen ja alle, hier könnte Support lauern in diesem Wege nach unten. Wird das aber gebrochen, dann sind wir definitiv nach unten unterwegs. Und dann kommt hier das nächste Korrektortief und das Trendtief ins Spiel. So weit ist es heute noch nicht. Wir müssen erst einmal schauen, was sich hier oben ergibt. Momentan sind wir auf der Longseite unterwegs. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Trend der Stunde. Hier sehen wir es. Hier gab es die Umkehr. Hier ist der Aufwärtstrend gebildet. Und jetzt müssen wir halt weiter hoch, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Und der hat dann tatsächlich auch die Chance, weiter hoch zu laufen. Prallt es ab. Ja, dann sehen wir hier, es trendet schon nach unten. Dann haben wir die Chancen eher auf die Unterseite. Wir müssen einfach, wie immer, nur geduldig sein und warten, bis der Markt zu uns kommt. Ähnlich, wie ich das schon mal gesagt habe, wie ein Krokodil jagt. Das Krokodil rennt der Beute auch nicht hinterher. Sondern das wartet quasi, bis das Krokodil, bis die Beute fast im Maul ist. Das ist auch das, wie ich gerne trade. Ich lasse den Trade zu mir kommen. Und hier lege ich auch den Fokus immer wieder in unseren Morgenbesprechungen rein. Machen wir weiter mit dem zweiten Währungspaar für heute an dieser Stelle. Und das ist der Euro-Kann-Dollar. Das Ganze schauen wir uns wie immer auch zuerst im Tagesschart mit an. Wir sind hier verortet in hervorragender Manier eines Abwärtstrends. Und wir sehen es. Das Trend-Low hatten wir gehabt bei 1,4433. Wir sind tief in eine gute Korrektur reingelaufen. Also, sag ich mal, über den Daumen etwas um die 50 Prozent. Ganz grob. Ich habe es nicht ausgemessen. So einfach über den Daumen hier von oben nach unten ungefähr die Mitte. Da haben wir auch einen Widerstandsbereich. Hier sehen wir die 1,47100. Und hier kam gestern die Umkehr. Ich weiß, das ist schon eine heftige Kerze nach unten. Wir hatten hier auch zwei heftige Kerzen nach oben. Aber es ist halt die Umkehr. Punkt. Und was wir hier sehen, ist halt, dass die Korrektur beendet ist. Der Aufwärtstrend, der hier zu sehen ist in der Stunde, der ist rausgenommen worden. Und jetzt geht es halt darum, dass wir die Fortsetzung bekommen. Kommt die Fortsetzung, dann können wir uns erstmal wieder zur Unterseite orientieren. Heißt an dieser Stelle das Low hier bei 1,4433 reinnehmen und das Ganze zur Unterseite sehen. Wenn der Markt hochdreht, sehen wir immer oben an dieser Stelle natürlich wichtigerweise, den Widerstand. Das heißt, hier müssen wir dann im Falle widersteigender Kurse erst einmal drüber, bevor wir uns dann höher orientieren können. Und da haben wir an dieser Stelle auch die Marker. Kurz einen Augenblick, hier muss ich auch mal noch was rauslöschen. Wir haben auch hier die Marker an ein paar bestimmten Höhen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, an den Trendverlauf, der hier nach unten gegangen ist, was wir über die Stunde gesehen haben, sollten wir tatsächlich es schaffen, oben drüber zu laufen. Da haben wir auf der Oberseite auch noch ein bisschen was an Potenzial. Hier knapp die 1,4767 und hier oben die 1,486. Das sind so die Marker, die wir liegen haben. Mit Blick nach oben nur momentan haben wir das Spiel noch nicht da. Momentan hat der Markt eher die Unterseite im Blick. Und das sehen wir auch hier, bevor wir wieder hochlaufen, müssen wir natürlich erstmal Aufwärtstendenzen haben. Und wir sehen es ja hier, dieser Schub nach oben wurde rausgenommen. Und hier war das Trend tief, dass es unterschritten wurden. Dann hat der Markt noch mal kurz durchgeatmet und dann rutsch, ging es nach unten. Und jetzt laufen wir schon wieder zur Unterseite hin. Und da ist es halt wichtig hier, dass wir unter diesem Bereich drunter laufen, weil dann setzt sich dieser Abwärtstrend hier fort. Und damit können wir uns zur Unterseite entsprechend orientieren. Das zeigt uns hier der Chart vom Euro-Kan-Dollar. Bitte, ganz wichtig, das ist der Euro-Kan-Dollar. Das ist nicht, wie es drin steht, das britische Pfund, sondern wirklich, es ist Euro-Kan-Dollar. Und zwar hier im Stunden, beziehungsweise jetzt hier auch im Tagesschau. Der Markt hängt hier. Er will uns nicht den Gefallen tun, das Kürzel hinten rauszunehmen. Es ist definitiv Euro-Kan-Dollar. Bitte nicht verwirren lassen. Und damit gehen wir in das WTI. Da ist momentan ordentlich Dampf im Kessel nach oben und nach unten. Das haben wir gestern schön gesehen und was wir aktuell sehen, ist eine Entladung zur Oberseite hin. Da gab es eine schöne Seitwärts-Range über die letzten Stunden. Die baut sich jetzt nach oben aus, also die wird nach oben durchbrochen. Wir haben nach oben hin natürlich einiges an Potenzial. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wir haben ja gestern schon ganz kurz darüber gesprochen. Ich wollte nur für alles weitere mal den Handelstag auch abwarten, was wir hier bekommen haben. Als wir gestern Morgen gesprochen haben, sind wir entsprechend hier auf dem Weg nach unten gewesen. Wir hatten gesagt, wir müssen erst mal schauen, was hier unten am Support passiert. Wenn wir dann Stärke reinbekommen über die kleineren Zeiteinheiten, dann hat man gute Karten auch nach oben mitzulaufen. Und so ist es gestern dann übrigens auch gekommen. Hier unten liefen wir dann bis rein. Und wir sehen es hier in den 15 Minuten. Hier hat sich dann schön ein Trend nach oben aufgebaut. Und der ist jetzt sozusagen schön oben ran gelaufen. Hier hatten wir die Seitwärts-Range. Das war sogar nicht nur eine klassische Range, sondern das war hier unten sogar eine Situation, dass wir ansteigende Tiefkurse haben. Also ein Dreieck hat sich hier ausgebildet. Jetzt sind wir hochgelaufen. Jetzt wird es natürlich spannend, wenn sich der Markt nach oben weiter ausarbeiten kann. Dann haben wir hier das Tageshoch von gestern bei 63, 36 als erstes als Anlaufpunkt. Und dann geht es schon nach oben weiter. Wenn die Situation sich weiter nach oben aufbaut, rein aus technischer Geschichte, egal was in Saudi-Arabien passiert ist, wir blicken hier nur auf die technische Sache, dann die 63, 75 und 64, 65 als nächste Anlaufpunkte. Das sind hier die Marker, die wir oben drinnen haben aus diesem Abwärtstrend, der hier nach unten lief. Die sind natürlich bestimmt relevant. Und aus diesem Grund haben wir sie mit auf dem Schirm. Der Blick ins große Bild beim Öl. Ja, wir sind stark nach oben gelaufen. Wichtig und zu sehen wird dann sein, nach diesem starken, massiven Move nach unten gab es natürlich technisch eine Gegenbewegung. Schön nach oben, die konnte man gut begleiten. Es ist nach oben hin auch noch weiteres Potenzial vorhanden. Spannend wird es dann, was hier oben um die Marke von 67 passiert. Wenn wir hier wieder rumdrehen, dann haben wir die Möglichkeit weiter runter zu gehen. Das heißt, der Ölpreis ist ja nicht umsonst so weit runter gekommen. Das heißt, diesen Schub, den wir hier nach oben sehen, der hat ja keine wirtschaftlichen Gründe, sondern der hat einfach nur den Grund, dass wir momentan eine Verknappung am Ölmarkt haben. Und noch keiner genau weiß, wie es da weitergehen kann oder weitergehen wird. Wie massiv sich diese Verkürzung auch auswirkt. Von der Seite her muss man einfach mal schauen, wenn das nicht so schlimm ist, wie es gerade befürchtet wird, dann kann es auch relativ schnell passieren, dass sich der Markt wieder zurückbesinnt auf die wirtschaftlichen Grundtendenzen, die dafür gesorgt haben, dass der Ölpreis doch unter Druck gekommen ist. Und dann sehen wir ganz schnell wieder die andere Seite. Also man muss hier wirklich beide Seiten abwägen, zumindest was das mittelfristige angeht und im kurzfristigen Bereich da ganz klar, da haben wir hier auch in den kleineren Zeiteinheiten die Ansatzpunkte hier. Also wenn wir uns den Tag mal anschauen, der starke Schub nach oben heißt oder bedeutet in unserem Falle, dass wir wirklich weit nach oben in die Bewegung gelaufen sind. Gestern haben wir eine tiefe Korrektur gesehen und jetzt stehen wir quasi auf dem Weg nach oben weiterhin. Und dann wird sich jetzt entscheiden, was oben am Hoch hier passiert. Das sehen wir momentan im WTI. So, das sind die Handelsideen und jetzt schaue ich mal in die Fragefelder. Holger, wir schauen gleich auf US-Dollar, Schweizer Franken und US-Dollar, japanischer Yen. Aber freilich, Dirk, Hallöchen, machen wir. Matthias, klar, alles kein Problem. Ich starte mal mit dem Holger, seinem Wunsch Austral-Dollar, Schweizer Franken. So, nehmen wir hier rein, hier hinten, das müssen wir mal sehen, wo es am besten passt. So, da ist er, da ist es, da, sehr schön. Okay, also das ist mal wieder ein Chart mit ein bisschen gezeichnet drin. Das trifft uns jetzt hier nicht, da muss ich doch mal ein anderes Chartfenster nehmen. Kurz einen Augenblick, probieren wir es mal hier. Was wollten wir haben? Schweizer Franken, genau. Gut, also Austral-Dollar, Schweizer Franken. Schauen wir uns die große Verortung mal ganz kurz an. Hier sind wieder Marker im Bild, die hier nicht hingehören. Die lösche ich mal kurz raus. So, okay, alles klar. Also, was sehen wir hier im Austral-Dollar, Schweizer Franken? Ich zoome erst mal ein kleines Stück zusammen, damit wir das große Bild sehen. Und im großen Bild sehen wir das, was hier schon leicht skizziert ist an dieser Stelle. Ich rücke die Linien nur mal kurz noch zurecht. Wir haben hier übergeordnet einen laufenden Abwärtstrend. Das ist einfach hoffentlich für jeden auch zu erkennen, dass wir hier in einem Abwärtstrend verortet sind. Und das Ganze momentan in einer korrektiven Phase sehen. Wir sind hier weit reingelaufen in die Korrektur. Hier oben dieser Marker, wo dieser Bruch des Tiefs hier kam, die Marke von 0,68,5,6, die wir hier haben, hat zum Schub nach unten geführt. Das ist von der Situation her, sage ich bei solchen Sachen, aus meiner Erfahrung heraus. Jetzt nicht nur rein die technische Situation gesehen, sondern auch die, sage ich mal, Situation, wie wir sie hier jetzt haben. Es ist keine einfache Geschichte, die wir hinten haben. Charttechnisch sind wir in einer tiefen Korrektur. Und hier ist es eins, ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt, wenn wir weiter nach unten wollen, natürlich das Bild hier unten rausnehmen. Bevor ich jetzt hier im Tageschart auf die größere Situation noch mal eingehe, möchte ich mal ganz kurz in den Stundenchart reingehen, nur um mal das obere Bild etwas besser beleuchten zu können. Und zwar haben wir hier die Tatsache, wir sehen ja sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend, den wir hier nach oben laufen hatten. So, da ist eine Sache, die wir hier sehen. Die zweite Sache, die wir hier relativ gut sehen können, ist folgendes. Im Kleinen, beziehungsweise wenn wir uns das mal im etwas größeren Bild anschauen, dann haben wir hier die, sage ich mal, eine Korrektur gehabt. Und dann sind wir hier nach oben gelaufen, noch mal runtergegangen und dann nach oben geschoben. Das heißt hier, sage ich mal, hier gab es so ein bisschen Hin- und Hergetingel im Stundenbereich auch. Aber was hier faktisch ist, ob man sich nun auf diesen Kleinen, auf dieses Kleine hier noch mit stürzen möchte oder ob man einfach sagt, okay, man nimmt einfach den Bereich nach oben weg hier rein und fertig ist, der ganze Spaß. Dann sehen wir faktisch eins, dieses Level hier unten ist unterschritten worden und auch wichtigerweise dieser größere Bereich hier unten, um die 0,67,825. Da sind wir schon mal drunter gelaufen. Und jetzt ist es allerdings wichtig, dass wir auch uns da drunter fortsetzen. Das heißt, wir sind hier momentan etwas zögerlich unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt hier inzwischen einen Abwärtstrend, der ist ersichtlich. Das ist ganz klar. Ich skizziere den mal eben. Der ist da definitiv in der Stunde. Hier haben wir ihn reingehabt. Da ist er noch mal in die Korrektur gegangen und hier ist er technisch dann entstanden. Und dann gab es kurz danach, also der Markt hat hier drunter gar keine Kraft gefunden, weiter nach unten zu laufen, sondern der ist direkt auch zurückgeschnäpst und dann auch relativ weit in die Korrektur reingelaufen. Und wer sowas sieht, wenn wir so weit in die Korrektur reingehen, braucht es natürlich auch immer eine Menge Geld, um erst einmal wieder hier am Tief anzukommen. Und da ist es halt so, wenn dort die Käuferkraft, die Verkaufskraft fehlt, also kein Geld mehr da ist oder niemand mehr da ist, der verkaufen will, dann geht es halt wieder hoch. Wichtig wäre an der Stelle jetzt hier, dass wir für den Markt mal eine faktische Entscheidung bekommen, dass wir tatsächlich hier unten drunter rauslaufen. Dann können wir uns nämlich schön auf der Unterseite ein bisschen austoben. Wir haben hier in der Stunde auch schöne Korrekturlevel liegen. Wir haben hier unten auch einen schönen Anlaufbereich um die 66,7 mit liegen. Das sehen wir, wenn der Markt sich irgendwann mal entscheidet. Und jetzt kommen wir zu der Tatsache zurück, die ich gerade angesprochen hatte, was dieses Bild ein bisschen so, sag ich mal, tricky macht. Und zwar ist das nicht die Situation, die wir jetzt hier oben haben, weil der Markt so langsam runterschleicht. Das kennen wir ja, das haben wir vorhin hier drüben beim Neuseeland-US-Dollar auch gesehen, dass der Markt erst mal so ein bisschen schleicht und dann kommt richtig ordentlich Dynamik rein. Nun, hier ist ein riesengroßer Unterschied. Hier unten, nach diesem starken Abwärtsschub, ging es direkt hoch. Einfach wie, als wenn sie ein Gummi langziehen, ganz langziehen und dann plötzlich loslassen. Der schnipst auch mit einem Schlag zurück, ohne langsam zu sein. So, und was wir hier jetzt allerdings gesehen haben, im anderen Chart, also im Austral-Dollar-Schweizer-Franken, da haben wir auch so einen starken Schub nach unten gehabt. Aber die Gegenbewegung, die hat nicht direkt eingesetzt, sondern die ist seitwärts gelaufen. Hier hatte der Markt viel Zeit zum Überlegen. Das ist nicht selten ein Base-Pattern. Das heißt, dass wir hier unten eine Bodenbildung hatten. Wir sind ja hier eine ganze Weile geschwankt zwischen diesen beiden Begrenzungen. Unten am Tief bei ungefähr 65,4 und oben bei 66,7. Da sind wir jetzt drüber gelaufen. Und dieses zögerliche Bild an dieser Stelle hier kann unter Umständen ein Indiz dafür sein, dass der Markt gar nicht mehr runter möchte. Das heißt, dass wir gar nicht mehr hier runter laufen. Kann zwar immer ein Stückchen tiefer gehen, aber dass wir hier möglicherweise vor einer Umkehrformation im Generellen stehen. Dass der Markt hier weiter nach oben läuft und dann über dieses Level hier oben erst einmal in Richtung Trend hoch weiter sich ausbaut. Und das ist hier natürlich dieses Zögerliche, dieses Lesen am Markt. Das muss man einfach inne behalten, weil wir sehen es, die tieferen Kurse sind auch in den letzten Tagen immer wieder zum Kaufen genutzt worden. Und das ist etwas anderes wie im Abwärtstrend, wo wir sozusagen höhere Kurse zum Verkauf nutzen. Das dreht sich so ein bisschen um. Aber technisch gesehen sind wir hier natürlich, wenn wir uns die Stunde mal anschauen, auf dem Weg nach unten. Wir brauchen halt einfach an dieser Stelle nur die Trendfortsetzung. Das zum Australer oder Schweizer Frankenholger. Holger, wenn du noch Fragen dazu hast, bitte einfach nochmal kurz zurückposten. Ich sehe das dann gleich. Und damit gehen wir hier in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. So, kurzen Augenblick haben wir hier oben liegen. Ziehe ich gleich mal rüber. Hier in diesem Wert brauchen wir mit Blick auf den Chart, selbstverständlich im Tag, sehen wir hier folgendermaßen etwas drin. Wir sind, wenn wir uns das große, ganz, ganz große Bild mal anschauen, auch aus einer weiten, weiten Situation nach unten gekommen. Hier sind wir allerdings ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, ich zoome hier auch nochmal ein bisschen was rein. Wenn wir uns das mal anschauen, ich hatte ja hier den letzten Trend nach unten. Das hatte ich mal in Magenta-Farben markiert. Und hier sind wir jetzt mittlerweile schön in einem Aufwärtstrend verortet. Das heißt, wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen hier. Ich zeichne das auch gleich in grün, keine Sorge. Wir lassen das nicht in der Farbe des großen Abwärtstrends, sondern wir machen es in grün. Wir haben jetzt hier schön einen Aufwärtstrend. Den haben wir nicht nur zum Trendbruch gehabt, sondern der steht auch wirklich weit in einer sehr, sehr stabilen Bewegung. Das sehen wir hier. Und wir haben, wenn wir uns diesen Markt mal anschauen, hier übergeordnet jetzt auch gleich ein paar Marker oben drüber liegen. Hier drüber, also hier dieses Band sozusagen um das alte Korrektur hoch. Hier diese Marken, die haben wir ja da. Da sind wir auf dem Weg hin. Wir sind noch nicht da. Das heißt, das Ganze hat auch noch, dieser Aufwärtstrend, hat auch noch deutlich Potenzial zur Oberseite hin. Eines muss man allerdings auch an dieser Stelle konstatieren. Wir sind natürlich schon verdammt weit in der Bewegung. Gestern haben wir auch gesehen, als es dieses Gap nach unten gab, dass es direkt wieder aufgekauft wurden. Also das ist schon ein Zeichen von Stärke. Das ist auch eine Korrektur gewesen in diesem Aufwärtstrend. Die ging halt relativ schnell vonstatten und läuft jetzt wieder hoch. Und das ist halt der Punkt, wenn wir hier weiter die Stärke bekommen. Wir blicken mal ganz kurz in die Stunde. Hier haben wir das nämlich gesehen, der Markt ist hier runtergelaufen. Das war die Korrektur. Und jetzt baut sich hier der Aufwärtstrend schön wieder auf. Und hier wäre es jetzt interessant zu sehen, wenn wir tatsächlich weiter auf die Oberseite laufen, dass wir wirklich über dieses Level drüber gehen. Hier oben über die knapp 108,260 hier oben drüber, wie der Spike das schon mal gemacht hat. Und dann haben wir gute Chancen, die Oberseite weiter anzulaufen. Das heißt hier, diese Bewegung hat kurz durchgeatmet und könnte jetzt dadurch die Kraft gesammelt haben, die nächsten Bereiche hier oben auch anzulaufen. Also um die 109 das Ganze auch mal anzutesten, ist natürlich da. Da ist es natürlich wirklich wichtig, dass wir es schaffen, oben raus zu laufen, dass wir hier jetzt keine Top-Formation sehen und wir dann nach unten laufen. Wenn das natürlich kommt, dann müssen wir uns zur Unterseite hin orientieren. Und wir sehen ja hier, was Anlaufbereiche sind zur Unterseite hin, sollte es tatsächlich zu einer Korrektur kommen. Wie schon gesagt, wenn das hier oben ein Top-Bereich wird, dann müssen wir einfach schauen, dass wir unten sehen, dass wir hier als Anlaufpunkt dann bestimmte Marker auch drinnen haben, die wir anlaufen können. Das sind dann so die Trend-Tiefs dieser Stunde, die wir hier hochwärts laufen hatten. Und dann haben wir als Level zum Testen natürlich hier unten auch die Trend-Entstehung. Das ist die Unterseite. Das spielt der Markt momentan nicht. Das heißt, die Oberseite ist das, was da ist. Nur nach so einem weiten Schub müssen wir das immer auch mit auf der Uhr haben, wenn die Kraft verloren geht, dass wir dann natürlich die Unterseite mit haben. Und da sehen wir natürlich auch schöne Punkte auf der Unterseite, wo wir ranlaufen können. Also wenn wir uns hier diesen Trend-Verlauf mal anschauen, wir haben ja schön die Korrektur-Tiefs hier am Liegen. Ich kann noch ein bisschen mehr einzeichnen. Das nächste Level wäre dann hier unten. Und dann haben wir sozusagen da auch direkt den Prozess oder die Ecke, wo der Trend entstanden ist, der Aufwärtstrend. Da haben wir das Support-Level liegen hier bei 106,6 in etwa. Das ist das, was wir hier im Yen auch sehen. Das zu den Fragen. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts übersehen auf Facebook. Deswegen schaue ich gerade auf meinen linken Monitor. In GoToWebinar habe ich momentan keine Fragen drinnen. Das heißt, heute und hier haben wir durch. Ich wünsche allen einen guten Start in den Handel. Jetzt geht es los. Der Markt macht in 5 Minuten offiziell auf. Also gute Trades. Wir hören und sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr. Den Blog-Eintrag gibt es etwas vorher. Bis dahin allen eine gute und erfolgreiche Zeit an den Märkten. Tschüss.